Tja, die Worte Vernunft, Besonnenheit, kühler Kopf sind heute oft zu hören, vor allem aus den Reihen der CDU. Der Termin, auf den also jetzt alles zuläuft, ist heute Nachmittag 17 Uhr. Dann treffen sich Merkel und Seehofer in der CDU-Parteizentrale. Kompromisssuche ist im Konrad-Adenauer-Haus die Formel des Tages. Die CDU will den Koalitionsbruch verhindern, nur wie? Nicht vorstellbar sei ein Alleingang in Europa, wie ihn die CSU andenkt. Stattdessen Rückendeckung für die Kanzlerin. Ich sehe in dem, was Angela Merkel erreicht hat in Brüssel, ganz, ganz große Brücken. Vieles ist ja erreicht worden durch die CSU. Und ich glaube, wer guten Willens ist, bekommt das auch als gute Brücke gemeinsam hin. Ähnlich sieht es die Dritte im Bunde, die SPD. Die Partei stützt die CDU bisher bei der Asylpolitik, stellt heute ein eigenes Fünf-Punkte-Papier vor. Über die CSU Kopfschütteln. Das ist ein Streit zwischen den Schwesterparteien. Der kommt zur Unzeit, weil in Europa viele Herausforderungen da sind. Da wird eine handlungsfähige Regierung gebraucht. Handlungsfähigkeit hat momentan in der Bundesregierung nur die SPD. Kommt es wirklich zu einem Bruch, könnten die Grünen gefragt sein. Ein Mitregieren schließen sie nicht gänzlich aus. Doch andere tragen derzeit die Verantwortung. Wir erleben ja eine erstaunliche Welt, wo sich die CSU und die CDU, die Union im Grunde benimmt wie die Grünen in ihren Anfangsjahren. Also es geht ja chaotisch zu. Und umgekehrt versuchen wir, das zu sein, was man immer den Unionsparteien vorgeschoben hat, Stimme der Vernunft. Versöhnliche Zeichen vom bayerischen Ministerpräsidenten. Für ihn stehe die Stabilität der Regierung nicht in Frage. Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, die wir auch selbst schon angeboten haben, an Kompromissen, um zu einer Sachfrage, zu einer Lösung zu kommen. Das ist für uns ganz entscheidend. Und wir hoffen, dass das noch möglich ist. Heute ab 17 Uhr suchen die Spitzen von CDU und CSU erneut nach einem Kompromiss.